Meine Zuschauer fragen immer, wie kriege ich denn eine schöne, dichte Rasenfläche? So, lieber Hans Schicks, herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video, zu einem wirklich ganz speziellen Video. Wir sind hier bei der Firma Freudenberger und neben mir steht der David Menzkes, ein Produktmanager von der Firma Freudenberger. Und wir dürfen hier heute auf dem Versuchsfeld, auf dem Rasenversuchsfeld von Freudenberger ein bisschen filmen. Wir werden uns über Gräserarten, Gräsersorten unterhalten. Hier sind ganz viele Parzellen angelegt, verschiedener Gras-Sorten und der David wird gleich ein bisschen was darüber erzählen. Ich hoffe, ich darf David sagen. Ich heiße Andrea, sehr gut. Das wäre sehr schön, sehr angenehm. Genau. Ja, also die Firma Freudenberger, um das ganz kurz mal zu sagen, ist ein Familienunternehmen, 75 Jahre, schon alt, 48 gegründet hier in Deutschland, in Krefeld am Niederrhein. Und ist hier immer noch an diesem Standort und hat sich stark vergrößert. Mittlerweile haben sie, glaube ich, 200 Mitarbeiter, die Firma Freudenberger. Feld Saaten Freudenberger heißt die Firma richtig. Und die haben uns eingeladen, hier mal ein bisschen über Gräser zu quatschen, mal zu schauen, wie sieht denn hier so eine Saatgutherstellung aus? Wie sieht so eine Züchtung aus? Wie kommt man überhaupt zur Rasenmischung? Das werdet ihr heute alles in dem Video sehen. Ich hoffe, euch interessiert das. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare. Wir legen jetzt los hier mit diesen verschiedenen Versuchsfeldern und hören mal, was wir hier so Tolles zu sehen bekommen. Ja, erstmal nochmal vielen Dank an natürlich die ganze Firma, die steht jetzt hier im Hintergrund. Vor allem auch an David, der sich bereit erklärt hat, hier ein bisschen vor der Kamera zu stehen und ein bisschen was zu erklären. Vielen Dank dafür. Ja, David, vielleicht erstmal so die erste Frage zum Einstieg. Wo stehen wir hier? Was ist das überhaupt, was ich jetzt hier sehe? Ich darf hier auf so ganz tollen Parzellen stehen. Ja, was habt ihr hier gemacht? Warum habt ihr das? Genau, ja, wir stehen hier auf einem Sortenversuch und zwar auf einem Rasensortenversuch, wo wir letztendlich verschiedene Rasensorten der unterschiedlichen Rasenarten miteinander vergleichen. Das sind zum Teil Sorten, die wir schon erfolgreich in der Produktion haben, zum Teil aber auch Sorten, die wir erst so ein bisschen kennenlernen. wollen und kennenlernen dürfen, wo wir ganz, ganz intensiv jede Woche Bonituren machen, optisch, visuell, aber auch unter Zuhilfenahme von einer Fotobox, um ja letztendlich zu wissen, was haben wir alles für einzelne Sorten in unserem Werkzeugkasten, in unserem Kleinteilmagazin, aus dem wir dann nachher mit viel Arbeit und viel Hirnschmalz versuchen, schöne, runde Rasenmischungen zusammenzubauen quasi. Cool. Das hört sich ja schon richtig cool an. Noch mal zur Erklärung, Gräserarten, Gräsersorten. Ich habe das schon mal in einem schönen Video hier erklärt, aber vielleicht mal ganz kurz gesagt, eine Gräserart ist zum Beispiel das deutsche Weidelgras. Das ist eine Gräserart. Die Wiesenrispe, die Poapratensis, ist eine Gräserart. Rotschwinkel, Gräserart. Das sind alles Gräserarten. Also das sind diese Oberbegriffe, die ihr kennt als deutsches Wort oder als eben lateinisches Fachwort. Lolium-Peene, deutsches Weidelgras, eine Gräserart. Und von dieser Lolium-Peene gibt es nun diverse Sorten. Und diese Sorten müssen sich alle zumindest in einer Eigenschaft unterscheiden. Zum Beispiel in der Farbe, zum Beispiel in der Blattbreite, zum Beispiel in der Krankheitsanfälligkeit, zum Beispiel in der, ja, Wüchsigkeit oder was auch immer. Und das nennt sich dann Bonitur. Man benotet, man bewertet jede dieser Eigenschaften und gibt jeder Eigenschaft eine Note. Und die beste Note ist die 9, die schlechte ist die 1. Und natürlich sind die Züchter daran interessiert, möglichst natürlich hochwertige Sorten zu erzeugen, die natürlich überall eine 9 haben. Das geht natürlich nicht. Aber das wäre so das Ziel, hochwertige Sorten zu züchten, zu erzeugen, die dann entsprechend natürlich die Abnehmer, wir als Kunden, besonders cool finden. Und was natürlich besonders auffällig ist, sind für mich immer zwei Dinge. Einmal die Farbe und zum anderen die Blattbreite. Und das gucken wir uns jetzt mal an hier. Bei der Lolium-Peene, beim deutschen Weidelgras, haben wir eben schon mal drauf geguckt. Und es ist mega spannend, was man da jetzt sieht. Es ist ganz häufig so, dass tatsächlich die 9 die beste Note ist. Manchmal kann 9 auch die schlechteste sein. Also man sagt letztendlich 1 ist immer eine sehr schwache Ausprägung, eine sehr geringe Ausprägung. Oder bei der Farbe, da kann man ja nicht von stark und schwach, da ist 1 sehr hell. Richtig. Und 5 ist immer mittel und 9 ist immer sehr hoch, sehr stark, sehr viel. Wenn ich aber bonitiere ein Merkmal, die Anfälligkeit für eine Krankheit, dann wäre die 1 die beste Note. Weil dann wäre ja die 1 die geringste Anfälligkeit für die Krankheit und die 9 aber die stärkste Anfälligkeit. Oh, da muss man sehr aufpassen. Also es ist häufig so, dass 9 das Beste ist, aber es gibt eben manchmal auch, dass 9 das Schlechteste ist quasi. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade bei der Farbe jetzt unterschiedliche Arten miteinander mischen möchte, also jetzt der Lulium, der Ende, der Proa Pratensis, mischen möchte, ist es dann so, wenn ich jetzt sage, also die Lulium, die hat dann meinetwegen die Farbe 7, Note 7, Note 7. Wenn ich dann eine Pratensis nehme, auch mit der 7, ist es dann, dann sollte es schon so sein, dass von der Grünfärbung die sehr ähnlich sind. Ja, richtig. Also das, dann habe ich das richtig verstanden. Also das soll so sein, dass das sauber übereinander passt. Streng übereinander passen tut es innerhalb der Art. Also alle Deutschweidelgrassorten mit der Farbnote 7, also nicht ganz dunkel, aber eben auch nicht mittel, sondern zwischen mittel und ganz dunkel, sind wirklich exakt gleich mitteldunkel. Bei Proa Pratensis, alle 7er Proa Pratensis-Sorten haben exakt den gleichen Farbton. Wenn man die Arten nun kombiniert, dann liegt das in einem sehr ähnlichen Bereich, sodass man sie in einer Mischung gut zusammen kombinieren kann, aber es ist nicht zwingenderweise exakt schlaggenau der gleiche Farbton, wie es innerhalb der Art der Fall ist. Okay, super. Andreas, du hattest eben schon ganz richtig gesagt, wenn wir also Rasen bonitieren, dann sind uns zwei Merkmale wichtig, nämlich auf der einen Seite die Rasenfarbe und auf der anderen Seite die Blattfeinheit, die sich ergibt aus der Frage, ja wie fein, wie breit ist eigentlich das einzelne Blatt? Und ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal ein drittes Merkmal ergänzen, wo wir uns bei unseren Bonituren hier doch immer sehr drauf noch konzentrieren, und zwar ist das das Merkmal der Narbendichte. Weil was nützt ein schön gefärbtes, saftig grünes Blatt, was auch noch sehr fein ist, wenn davon aber nur drei bis sieben pro Quadratmeter zu finden sind? Wir wollen ja eine Dichtennarbe. Das heißt, diese drei Merkmale, Blattfeinheit, Narbenfarbe und die Narbendichte, in Summe, die ergeben für uns eigentlich das sogenannte Overall Quality Rating, oder in Deutschland sagt man einfach die Aspektboniturnote. Wenn ich also das zusammennehme, aggregiere, bündle, dann komme ich zu dieser Aspektbenotung. Meine Zuschauer, die fragen immer, wie kriege ich denn eine schöne, dichte Rasenfläche? Was würdest du sagen, wie kommt man zu einer dichten Rasenfläche? Ja, ach, das ist die Kardinalfrage, würde ich sagen, wo wir auch firmenintern viel drüber diskutieren. Haben wir auch eben in der Vorbesprechung schon so gesprochen. Für mich sind da eigentlich zwei Sachen maßgeblich. Auf der einen Seite die genetische Grundlage, das genetische Fundament. Was kann die Sorte, was bringt die Sorte mit? Wenn das gut ist, und das ist bei vielen unserer Sorten gut bis sehr gut, dann ist das, und das ist fast was im Alltag das Maßgeblicheres, wie gehe ich mit diesem guten Fundament, mit der guten Sorte, wie gehe ich damit um und was mache ich draus? Also wie pflege ich? Wie pflege ich, wie manage ich, wie pflege ich? Und das lässt sich eigentlich knapp umreißen mit den Worten regelmäßig schneiden, regelmäßig pflegen. Und zum Pflegen gehören aus meiner Sicht im Wesentlichen drei Dinge. Das ist das Vertikotieren oder Belüften zu Beginn der Saison im Frühjahr. Dann ist das die Nachsaat. Tatsächlich, die Nachsaat findest du auch sehr wichtig. Du musst immer wieder frisches Gelmaterial reinbringen. Also nachsehen muss man einfach machen, damit die Rasenfläche schön bleibt. Aus meiner Sicht unbedingt ja. Weniger aus dem Aspekt, dass ich sage, ich möchte neue Genetik reinbringen, das möchte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal, wenn es ein sehr alter, bestehender Rasen ist, sondern mehr aus der Tatsache eigentlich, dass sich durch die Nutzung bedingt, vielleicht hat der ein oder andere Kinder zu Hause, hat einen Hund zu Hause, hat Bäume, die wachsen, die größer werden, die irgendwann Schatten spenden. Die Narbe wird irgendwann einfach lückig werden. Und damit ich diese Stellen, die ja sonst potenziell Raum bieten für Verunkrautung, damit ich die dicht halte, dafür brauche ich letztendlich diese Nachsaat. Naja, und dann, das werdet ihr im Kanal viel diskutiert haben, wir haben den Klimawandel, wir haben die Zunahme von Trockenheit, von Witterungsextremen. Wenn ich Zugang zu Wasser habe und auch es ethisch vertreten kann, dass ich sage, ich gönne mir den Luxus, ich habe Wasser, ich nutze das Wasser für den Rasen, dann gehört letztendlich auch Bewässerung, sinnvoll und richtig dosiert zum Rasenmanagement dazu, wie das Vertikutieren im Frühjahr, wie die Nachsaat und last but not least die Düngung. Und diese vier Punkte, Nachsaat, Düngung, Vertikutieren, Bewässerung und der regelmäßige Schnitt, das ist ja so die Standardmaßnahme, also sagen wir fünf Sachen in Summe, wenn das passt, dann kann ich eine richtig gute Rasennarbe hinbekommen. Wie kommt da unten noch Luft an? Wenn du den jetzt einmal ein bisschen zu tief schneidest, ist er sofort braun. Man sieht ja auch, wenn man reinguckt, da unten sind ja die braunen... Einzelne braunen Triebe, ja. Das ist aber auch normal, diese braunen Triebe. Genau, das wird man letztendlich in nahezu jeder Sorte, in jeder Mischung, wird man diese braunen Triebe unten drinnen finden. Übrigens, lieber Rasenfreaks, das ist hier alles das deutsche Weidelgras. Richtig. Richtig verstanden? Total, ja. Und das ist hier eine ganz feinblättrige Sorte. Vielleicht kann Martina mal ein bisschen ranfilmen. Also der Finger ist der Vergleich. Das ist eine super feinblättrige Loliumpäne. Das finde ich also total faszinierend. Das ist, habe ich verstanden, hier eine neue Sorte, die noch gar nicht freigegeben ist. Völlig richtig verstanden. Genau, wir sagen dann sogar, habe ich eben selber falsch gesagt, solange bis man wirklich das Prädikat der Sortenzulassung von dem jeweiligen Sortenamt erhält, sprechen wir immer von einem Stamm, sodass das hier für uns einer von vielen Teststämmen, von Testkandidaten ist. Ja, weil es beginnt demnächst der nächste Zyklus beim Bundessortenamt, wo man also neue Stämme für die Rasenprüfung zur Zulassung anmelden kann. Und da wollen wir natürlich vorher prüfen, ja, was sind denn Kandidaten, die wir wirklich dann ins finale Rennen schicken wollen. Und das ist ganz klar ein Kandidat, den wir hier sehr in den Fokus nehmen, der bei den Bonituren, die wir hier machen, sehr gut abgeschnitten hat. Und wir könnten uns gut vorstellen, damit dann auch beim Bundessortenamt vorstellig zu werden und diesen Teststamm ins Rennen zu schicken. So eine neue Sorte beim Bundessortenamt in Hannover ist das übrigens, zuzulassen kostet sehr viel Geld und da muss man eben auch sicher sein, dass man durchkommt, dass man die Sorte auch zugelassen kriegt. Ja, und deswegen wird das halt vorher hier ausgiebig getestet. Ja, das ist schon tatsächlich jetzt sehr, sehr, sehr wissenschaftlich, sehr speziell, was wir jetzt hier zum Thema Gräser, Gräsersorten, Eigenschaften hören. Worauf wir jetzt nochmal schauen wollen, sind die unterschiedlichen Gräserarten. Also wir waren jetzt hier bei der Lulium-PN, das ist sicherlich das wichtigste Gras, die wichtigste Gräserart, die wir jetzt haben. Warum ist sie eigentlich so wichtig? Ich mag sie nämlich gar nicht so gerne. Warum ist die Lulium so ein wichtiges Gras? Ja, genau. Also das können wir später auch noch diskutieren mit mögen und nicht mögen. Das ist immer so ein bisschen die Frage, subjektiv, wie ist Geschmack quasi. Die Wichtigkeit aus unserer Sicht resultiert eigentlich daher, dass das Lulium perenne mehrere Eigenschaften mitbringt, die es für uns unheimlich wertvoll macht. Es ist auf der einen Seite gut und sicher zu produzieren. Okay. Es ist auf der anderen Seite, deswegen nutzt man es in jedem Fall, in jeder Nachsaatenmischung, die Art, die sich am sichersten und am schnellsten etabliert. Wir sehen bei vielen Keimversuchen, die wir machen, einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber allen anderen Arten von 6, 7, 8 Tagen plus X, wenn man es mit der Pora Pratensis vergleicht, dann auch locker mal zwei Wochen. Und deswegen, wenn ich eine bestehende Narbe habe mit Mängeln, wo ich nachsehen will, brauche ich das deutsche Weidelgras aufgrund der Triebkraft, aufgrund der Geschwindigkeit am Anfang. Das macht es für uns ganz, ganz wichtig. Genau. Und das ist ganz spannend, wenn man das im Frühjahr, die ersten Bonituren macht. Man ist heiß, man will raus nach dem Winter, nachdem man im Winter viele Daten gesehen hat, viele Datensätze sich angeschaut hat. Wir sehen einfach den Entwicklungsvorsprung. Das heißt, auch wenn die Narbe besteht... Viel weiter. ...Lolium ist dann weiter. Das kann am Jahresbeginn dann zwei, drei, vier Finger Unterschied sein. Die Wiesenrispe ist noch im Winterschlaf, liegt noch nahezu regungslos da. Ja, und beim deutschen Weidelgras, da ist schon richtig was passiert, das ist schon aufgewachsen. Und deswegen, wenn der Chef hier auf dem Versuchsfeld draußen den Schnitt macht, wir schneiden das Lolium eher, als dass wir die Wiesenrispe schneiden und auch eher, als dass wir den Rohrschwingel schneiden, einfach weil das am Anfang mehr Zugkraft hat. Spannend. Aber jetzt gucken wir uns mal den Rohrschwingel und die Wiesenrispe bei euch nochmal an. Gerne. Den möchtet ihr jetzt auch nochmal sehen. Und natürlich die Festuka Rupra. Das Gras, was ich ja so interessant finde, aus zwei Gründen. Vor allen Dingen, weil sie wenig Stickstoff braucht. Und weil sie auch, finde ich, aus meiner Sicht doch deutlich weniger Wasser benötigt. Ja. Und glaube ich schon ein wichtiges Gras der Zukunft ist, was ja auch auf vielen Golfplätzen gerade neu etabliert wird. Viele Golfplätze aufgrund der klimatischen Extreme, die wir jetzt haben, muss man eben schauen, wie komme ich mit weniger Wasser aus? Wie komme ich auch, was die Umweltbelastung angeht, mit weniger Stickstoff aus, mit weniger Nährstoffen aus? Und da ist halt die Festuka Rupra, der Rotschwingel sehr wichtig. Sehst du das auch so oder ist das vielleicht doch nicht der ganz richtige Weg? Doch, ich sehe das im Grundsatz ganz genauso wie du. Es gibt viel Literatur, hatte jetzt am Wochenende noch mal eine ältere Literatur, sogar aus den 40er Jahren schon, wo sich ein amerikanischer Forscher viel Mühe gemacht hatte, da noch mal die Arten mit Blick auf den Wasserverbrauch so ein bisschen zu vergleichen. Und da zeigt sich tatsächlich, dass der Rotschwingel als Art mit seinen verschiedenen Unterarten doch durch ein höheres Maß an Trockentoleranz gekennzeichnet ist. Aus unserer praktischen Erfahrung muss man das vielleicht so ein bisschen noch differenzieren. Wenn die Trockenheit kommt, dann sieht man ganz klar, das deutsche Weidelgras ist dasjenige, was am ehesten anfängt in die Knie zu gehen. Aber auch am schnellsten wieder da ist. Aber auch am schnellsten wieder da ist. Das ist interessant, ja. Und der Rotschwingel, der ist so ein bisschen das andere Extrem. Der hält länger durch, der hat ja dieses sehr feine Blatt, kann man sich vorstellen. Feines Blatt heißt auch kleinere Oberfläche pro Blatt, vielleicht ein bisschen weniger Verdunstung. Der hält länger durch, aber wenn dann irgendwann Feuchtigkeit wiederkommt, das muss man auch sagen, das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, er braucht dann auch länger, ehe er sich wieder regeneriert. Aber trotzdem, man hat davon vielfach gelesen, in Golfplätzen, dass man versucht, mehr mit Rotschwingel zu machen, weil ja die Kunst dann vielleicht sein wird, zu sagen, ich kann den Rotschwingel lange mit weniger Wasser am Leben erhalten. Er darf mir nur nicht ganz braun fallen, damit ich dann nicht quasi wieder von Null anfangen muss, ihn zu päppeln, damit quasi dieser Anschub Wasserinvestition nicht nötig ist. Aber das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Wenn man da das feine Maß findet, zu sagen, ich ziehe den Rotschwingel länger grün mit deutlich weniger Bewässerungswasser als beim deutschen Weidegras in diese Trockenperiode rein, dass das ein wichtiger Baustein ist. Der Rohrschwingel im Rasenbereich ist aus unserer Sicht ein anderer Baustein. Der Rotschwingel ist ja sehr feinblättrig. Der Rohrschwingel wiederum ist eigentlich genau das Gegenteil. Der ist nämlich sehr, sehr breitblättrig, aber auch ein sehr, sehr robustes Gras, was ganz, ganz tiefe Wurzeln bildet und was dadurch eben sehr, sehr, sehr robust ist bei Trockenheit. Völlig richtig, genau. Aber das muss man auch sagen, sehen wir in der Landwirtschaft wie im Rasen, das Potenzial wirklich als Könner in der Trockenheit zu fungieren, das hat der Rohrschwingel ja, aber das hat er nur, wenn der Boden stimmt und wenn der Boden gut ist und wenn ich die Gründigkeit habe. Und da kommen wir vielleicht, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Der Rotschwingel, diese feinblättrige Art, die bringt diese Trockentoleranz auch mit, wenn der Boden jetzt vielleicht nicht so super bombastisch ist, sondern vielleicht sogar nur ein bisschen flachgründiger ist, ein bisschen sandiger ist, ein bisschen extensiver ist. Wenn man so auf die natürlichen Verbreitungsgebiete schaut, ja, dann findet man eben so in der Naturvegetation Rotschwingelarten auch auf marginaleren, sandigeren, flachgründigen, mageren Standorten. Genau, wir können uns das gerne jetzt hier auch nochmal im Feld angucken, beide Arten. Genau, wir gucken aber jetzt erstmal ganz kurz den Rotschwingel an, den ich jetzt auch auf der Ostfläche habe. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nämlich genau das hier alles, die Festuca Rupra Homestar, also Horstbildendes Gras, hochgeschnitten, das waren hier, was hast du, 25, naja, vielleicht ein bisschen höher, 40. Genau, er ist jetzt aufgewachsen, der Techniker hier bei uns, der könnte es im Detail beantworten. Ich meine, dass er normal so auf 27, 30 Millimeter schneidet. Und das sind ungefähr 15, so, wenn das jetzt gemäht wäre. Genau, richtig. So, aber das ist schon eben genau das, was ich jetzt auch dann hoffentlich irgendwann auf meiner Fläche habe. Dass wir hier so eine schöne, dichte, feine Rotschwingelfläche kriegen, auf 15 Millimeter geschnitten. Ich bin jetzt gerade so auf 18 runtergegangen. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, also wir stehen jetzt hier auf der Wiesenrispe, auf den Wiesenristenfeldern. Und wir sagten eben, so auf den ersten Blick ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden, ob man jetzt schon auf der Wiesenrispe steht oder noch auf der Lulium, auf dem deutschen Weidelgras, auf der Luliumpeine. Die Poa Pratensis ist ja eine Art, die auch gerade so manche Amerikaner so richtig mögen. Conor Ward zum Beispiel, der Lornrebell, der liebt die Poa Pratensis. Und wenn ich sie jetzt hier so in der Dichtigkeit sehe, ist sie auch schön. Sehr unterschiedlich von den Farben, finde ich. Aber so wirklich eindeutig auf die Schnelle zu unterscheiden, ist sie dann tatsächlich doch nicht. Es ist nicht so leicht jetzt, gerade momentan. Und wir hatten das eben schon diskutiert. Wir haben das Feld hier angelegt im August 2022. Also wir haben jetzt etwas über ein Jahr Standzeit. Und es war lange so, dass man von Weitem schon sehen konnte, da ist die Artgrenze zwischen deutschem Weidelgras und Wiesenrispe. Weil die Wiesenrispe einfach viel, viel, viel langsamer gewesen ist und viel länger gebraucht hat, um diese einzelnen Quadrate hier zuzuziehen und zu erwachsen. Aber wir haben in den Bonituren gesehen, seit dem späten Frühjahr, da haben die sich fortwährend eigentlich angenähert. Ja, und jetzt momentan muss man dann schon wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Wir haben das eben schon mal zusammen hier durchexerziert. Am offensichtlichsten ist eigentlich diese Doppelrille, diese Skispur. Die werdet ihr immer wieder auch schon mal gezeigt haben oder diskutiert haben. Das Zweite ist dann vorne die Spitze der Blattspreite, die wie so ein Kahn sich zusammenzieht. Das ist im Rasen zugegebenermaßen nicht so leicht zu sehen, weil wir ja regelmäßig schneiden. Und deswegen, gerade bei älteren Blättern, die Blattspreite immer eingekürzt ist durch den Schnitt und man diese Kahnenspitze da nicht so sehen kann. Haben wir die Hilda jetzt hier, die ich ja auch jetzt bekommen habe von euch? Ja, wir haben die Hilda hier. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich einmal spicken muss. Das ist okay. Das ist Hilda. Ach, das ist sogar die Hilda. Genau, das ist Hilda. Und wir haben sie da noch in der zweiten Wiederholung. Da sieht sie besser aus. Dann gehen wir mal dahin. Wenn man an der Stelle noch einmal gucken kann, dann ist ja dieses viel diskutierte, ausläufertreibende Lolium. Und das fängt hier an. Corsica macht das. Hier haben wir nochmal einen neuen Teststamm. Der macht das auch. Das hier ist quasi ja die Grenze. Deutsch-Weidelgras, Teststamm, amerikanische Genetik auf dieser Seite. Sorte Hilda, Poepratensis auf der rechten Seite. Und hier sieht man so ein Ausdruck. Hier siehst du, ja, 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 genau. Da ist sie schon reingekrabbelt. Hatte das deutsche Weidelgras Platz gehabt, hat diesen Ausläufer gebildet. Und wenn man genau guckt, dann sieht man das auch schon hier. Und wenn man ganz genau guckt, dann sieht man das auch schon hier und da. Naja, und jetzt guckt man, ein Jahr, das sind hier so, ich habe jetzt keinen Zollstock dabei, vielleicht 60 Zentimeter. Das heißt, das heißt, das Gras, das bildet unterirdische Ausläufer, findet eine Lücke in einer anderen Fläche, kommt dann hoch. Das muss man sich ja mal vorstellen. Genau. Und dadurch wird die Lücke geschlossen. Und dann wird die Lücke geschlossen. Genau. Und das hatten wir... Passt natürlich nicht rein da, weil das viel heller ist als die Corsica. Aber das hatten wir bei der Eingangsdiskussion ja auch nochmal so ein bisschen beleuchtet. Das kann so ein erster Hinweis sein, warum vielleicht eine Rasenmischung gut ist. In dem Fall passt die Farbgebung dieser beiden Sorten hier nicht zusammen. Aber wenn die Farbgebung passt, dann sehe ich schon, ja, es ist vielleicht irgendwo, ja, ein kleines Steinchen kann reichen. Oder irgendwo hat sich ein Unkraut reingesetzt. Dadurch entsteht eine Lücke. Ja, ihr seid akkurat unterwegs, macht das Unkraut weg. Und dann ist da Platz. Ja, und wenn ich jetzt keine Mischung habe, sondern nur Hilda da stehen hätte, dann wäre da eine Lücke, wo wieder Platz für ein neues Unkraut wäre. Obwohl die Pratensis ja grundsätzlich auch Ausläufer bildet und eigentlich Lücken schließen soll. Genau, aber nicht so schnell. Das dauert, das dauert, bis sie das macht. Und da ist eben dann das deutsche Weidelgras ein sehr guter Mischungspartner, weil das sehr schnell detektiert, oh, da ist eine Lücke. Da kommt irgendwie minimal Sonnenlicht auf die Bodenoberfläche. Ja, und das ist dann der Reiz für das Wurzelgeflecht, was ja unterirdisch sowieso verzahnt ist, zu sagen, da kommt Licht dran, da kann ich austreiben. Wow. So, was sehe ich jetzt hier? Genau, also wir stehen hier vor einer neu angelegten Versuchsfläche. Wieder sind alle Faktoren uniform, der gleiche Boden, die gleiche Bodenvorbereitung, die gleiche geplante Nutzungsstrategie. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist ein Faktor, nämlich die Sorte und die Art. Und hier sieht man nochmal ganz gut den Unterschied. Eben hatten wir in der etablierten Narbe fast Mühe, die Artunterschiede zwischen deutschem Weidelgras und Wiesenrispe ausfindig zu machen, nach etwas über einem Jahr Standzeit. Hier sehen wir jetzt Parzellen, die haben eine Standzeit von drei Wochen und hier ist das total offensichtlich. Auf der rechten Seite hier sehen wir das deutsche Weidelgras, was jetzt eine Wuchshöhe hat irgendwie von drei, vier, fünf Zentimeter. Und hier neben die Wiesenrispe, die sich jetzt erst anfängt langsam zu etablieren, wo manche Sorten, die langsamer sind, gerade vielleicht erst 10, 15 Prozent Feldaufgang haben. Wahnsinn. Und auch wie unterschiedlich die Sorten auflaufen. Also manche sind schon gut rausgekommen, manche sind noch überhaupt nicht da. Aber das ist natürlich hier beim Weidelgras auch so. Da hast du auch Sorten, die sich sehr schwer tun, interessanterweise. Genau, das ist letztendlich. Und darum würde es ja jetzt hier auch gehen. Die ersten Bonituren stehen jetzt an, wo es darum geht, den Feldaufgang, die Etablierung zu bonitieren, die Wuchshöhen zu bonitieren, um dann letztendlich das Spektrum von eins bis neun letztendlich festzulegen und auszukundschaften. Wahnsinn. Und ein Gefühl für neue Sorten und neue Stämme zu bekommen. Und das ist auch nochmal vielleicht für Stefan schön zu sehen oder zu hören. Es kommt ja immer mal wieder die Frage auch aus der Kundschaft, wie ist das eigentlich mit Ausläufern im Rohrschwinge? Und da drüben ist ja SC1, unsere gute Rohrschwingelsorte. Wie fein, ne? Die, das können wir gleich auch nochmal uns anschauen, im Vergleich wirklich sehr, sehr feinwertig ist. Die macht auch Ausläufer. Nicht so schnell wie das deutsche Weidelgras. Aber das Gleiche, was wir eben da drüben mit dem deutschen Weidelgras in Hilda diskutiert haben und gesehen haben, können wir auch hier sehen. Hier war also irgendwo eine Lücke und da kommt hier also der Rohrschwingel, in dem Fall die Sorte SC1, kommt da durch und macht sich hier so ein bisschen Platz. Was natürlich dann in so einer feinen Pratensis natürlich nicht so toll aussieht. Absolut auffällt, genau. Furchtbar. Also das ist übrigens ein Testfeld, da hat die Aussaat nicht funktioniert. Die Aussaat hat funktioniert, aber die Sorte war nicht gut, die Triebkraft war nicht da, die Keimfähigkeit ist nicht da gewesen. Und deswegen, ja, hier kann man erzählen, wie viele Saatkörner funktioniert haben. Das heißt, also das Saatgut ist ganz gleichmäßig verteilt worden, wie überall natürlich, aber... Der Testkandidat war einfach schlecht gewesen. Ist nicht aufgelaufen. Ich hatte eben, das ist ja auch absolut legitim, so ein bisschen Skepsis auf deiner Seite festgestellt gegenüber der Art Rohrschwingel. Ja, weil sie mir so breitblättert. Weil sie, genau. Sie das einfach nicht mag, dieses so breitblättert. Wenn man jetzt nochmal guckt, in Mischungen, wo sie mit 70% oder mehr drin ist, das ist auch eigentlich unsere Empfehlung, wenn ich mit Rohrschwingel rangehen will, dann muss richtig... Viel drin sein. ...richtig Anteil drin sein, dass dann letztendlich alle Pflanzen oder die meisten Pflanzen gleich breit in Anführungsstrichen aussehen. Und wenn ich auf ein Meer von breiten Halm gucke, ja, dann relativiert sich das für das Auge. Und das ist, wenn wir da gleich nochmal in so eine Parzelle rein zoomen, wenn ich jetzt das so in der Fläche stehen habe, vielleicht noch ergänzt für die Schnelligkeit im Anfang mit 10, 15% deutschem Weidelgras, dunklere Genetik, gegebenenfalls gleich noch bis auf 100 vollgemacht mit ein bisschen Wiesenrispe, dann kann ich letztendlich da ein schönes Bild mit erzeugen. Die Feinblättrigkeit, die sehe ich natürlich im Vergleich, wenn der Rotschwingel direkt daneben steht, dann ist es ein himmelweiter Unterschied. Aber da, wo die Narbe in der Fläche steht und das Auge des Betrachters quasi nicht den Vergleich hat, dann gefällt mir das eigentlich auch gut. Okay, übrigens einer der Geschäftsführer von der Firma Freudenberger, der Herr Tenneu ist, der sagte gerade eben, dass der Rotschwingel eine ganz, ganz, ganz wichtige Gräserart ist, die in Amerika, was sagten Sie, 70%, 50%, 70%, gut 50% des amerikanischen Rasenmarkts ausmacht, also neben Lolium, Rotschwingel ist dort eine ganz kleine Art, also Rohrschwingel, Lolium, Wiesenrispe ist die Reihenfolge. In den südlichen Bundesstaaten kommen natürlich so Sachen wie die tropischen Gräser, Bermuda, da kommen die Warm-Season-Gräser dazu, genau. Aber unser Hauptzüchter, der Herr Blecher, sagte irgendwann mal, so, weiß nicht, vor ein paar Monaten, der Rohrschwingel wird das neue Lolium. Genau. Aufgrund von, ich sag mal, dem Klimawandel, der nur da ist, wir haben immer extremere Wetterbedingungen, sehr heiße Sommer teilweise, sehr kühle Frühjahre. Und der Rohrschwingel kann beides sehr gut vertragen, auch Schatten, ich sag mal Schattenstandorte. Optisch ist er natürlich dann, da muss man mögen, muss man mögen, ist nicht geschmacht, fahre ich jetzt ein SUV oder fahre ich doch eine feine Limousine, einen Tesla, ohne das jetzt wieder wert zu wollen. Genau, muss man sich entscheiden. Muss man sich entscheiden im Leben. Das ist jetzt nochmal ein Rohrschwingelweg, also hinten hatten wir, muss ich nochmal filmen, hinten hatten wir den Weidelgrasweg, das ist jetzt der Rohrschwingelweg, habt ihr noch einen Weg? Was ist da in der Mitte? Wir haben hier einen Toa-Sophina-Weg, haben hier nochmal einen Lolium-Weg. Das ist auch nochmal ein Lolium hier. Etwas heller. Genau, also wir haben eigentlich alles da. Und da ist die Corsica. Und da ist der Corsica-Weg, genau, richtig. Auf nach Corsica! Ja, aber das finde ich, also komm, das müssen wir nochmal filmen hier, auch die Wahrheiten auf den Tisch legen. Das ist hier die wunderschöne dunkle Corsica-Sorte von der Lolium-Peene. Und hier ist eine Rasentragschicht aufgebracht worden, die frei sein soll von irgendwelchen Samen, von irgendwelchen Früchten. Das war sie auch lange Zeit. Aber trotzdem hat sich jetzt hier Spot, 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 hat sich jetzt eben hier auch schon tatsächlich die Poa Anua reingeschlichen. Das kann nur durch Verschleppung entstanden sein, eben durch den Menschen, der mit seinen Schuhen hier rüberläuft, durch irgendwelche Geräte, durch die Reifen, durch vielleicht auch irgendwelche Tiere, die jetzt hier rüber gelaufen sind. Und also es ist erstaunlich, wie das Gras hier natürlich auch sich einschleicht und dann ist es vorbei. Gnadenlos, aber es sieht fantastisch aus. Also ich finde, der Rotschwingel macht auch ein sehr, sehr schönes Streifenbild. Also das finde ich also auch ganz großartig. Man sagt ja immer, die Lolium macht so tolle Streifen, weil die eben diese glänzende Unterseite hat. Aber auch der Rotschwingel, finde ich, wenn er umgelegt wird, wirkt er sehr dunkelgrün. Und wenn er eben zur anderen Seite gekippt wird, wenn man auf die Seite schaut, wirkt er sehr hell. Das merkt man hier auch, finde ich, ganz, ganz deutlich. Also sehr interessant. Genau, es ist also eine ganz typische Rasenart, die wir im Zierrasen sehr dominant sehen wollen, die sich auszeichnet durch eine ganz, ganz hohe Triebdichte pro Flächeneinheit, durch ganz feine Blätter. Oder wenn man die anfasst, dann denkt man schon fast, es ist ein borstartiges, rundes Blatt. Wenn man dann genau unter der Lupe guckt, dann sieht man schon, dass es kein rundes Blatt ist. Aber was ich auch wirklich merke auf meiner Fläche, wo jetzt der Rotschwingel dominant drin ist, auf der Ostfläche, dass man wirklich einen ganz anderen Tritt hat. Man läuft über diese Rasenfläche und es ist, ich sage immer, so ein bisschen crispy. Also es ist so ein bisschen, ja, es fühlt sich an, als wenn man so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen knusprig, auf Deutsch vielleicht gesagt. Es ist nicht so weich, gummiartig, sondern es ist schon etwas härter. Und es ist echt schon strohiger. Strohiger, ja, strohiger ist auch ein guter Ausdruck. Das ist echt total faszinierend. Und eben, was das Tolle an diesem Gras ist, es ist auch super tiefschnittverträglich, bis 5 mm. Kann man eben den Rotschwingel auch sehr schön tief mähen. Absolut. Das ist cool. Richtig. So. Er muss aber auch nicht so intensiv gepflegt werden. Der Rotschwingel wird ja auch viel in Extensivrasen, Landschaftrasen und so weiter verwendet. Der verzeiht auch mal, wenn man jetzt mal eine Düngegabe auslässt. Das tut dem Rotschwingel weniger. Loli und Perenne oder eine Wiesenrispe, die fangen dann schon mal an zu jammern dann, weil sie doch eigentlich die nächste Fütterung eigentlich jetzt dringend abgewartet haben und dann kommt die nicht. Ja, das ist ja auch das, was, da gibt es ja eben gerade so eine sehr extreme Gruppe, die sogenannte Stomata-Gruppe, angeführt von dem Rasenfuchs Norbert Lischka, die eben sogar der Meinung sind, dass der Rotschwingel mit 5 Gramm N pro Quadratmeter pro Jahr auskommt. Also die sagen, man kann mit so 5 Gramm N runtergehen. Ich bin jetzt bei 12 Gramm auf meiner Rasenfläche. Das ist so das Ziel, was ich für dieses Jahr hatte. Und da sagen manche, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ihr seid ja deutlich höher, habe ich jetzt hier gelernt. Aber eben, das verträgt der Rotschwingel sehr gut und er wächst eben auch tatsächlich viel langsamer. Das heißt, man muss tatsächlich nicht so oft mähen. Andersrum gesagt, die Fläche sieht länger schön aus. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Genau, vielleicht muss man das an der Stelle nochmal sagen. Also diese Art ist im Unterschied zum deutschen Weidelgras und auch im Unterschied zur Wiesenrispe, man kann sie im Zierrasen einer sehr intensiven Nutzung und einem sehr intensiven Management unterziehen. Dann gibt sie ein so schönes, feines, ebenmäßiges Bild, wie wir das hier finden. Man kann aber auch, und das sehe ich beim Rotschwingel deutlich stärker ausgeprägt als beim deutschen Weidelgras und auch stärker ausgeprägt als bei der Wiesenrispe, ins andere Extrem gehen und diese Art, was intuitiv zu ihrem natürlichen Vorkommen ein bisschen eher passt, in diese extensive, robuste Nutzung überführen. Und das ist das, was der Stefan eben andeutete, im Landschaftsrasen. Und da hat eben der Rotschwingel auch eine ganz wesentliche Bedeutung. Und wenn man guckt, wo eben natürlich verbreitet sind, dann sind das eben häufig sandigere Standorte, magere Standorte entlang der Küstenlinien, wo vielleicht nochmal ein bisschen salzhaltige Luft ist. Bergwiesen und so weiter. In höheren Lagen, Bergwiesen, da kommt er eben auch natürlicherweise vor. Ist also die Nutzungsamplitude eigentlich sehr, sehr breit gefächert bei dieser Art. Und was ich besonders auch schön finde, wenn der Rotschwingel blüht, war ja der Name, dann ist das eine so wunderbare Fläche. Wir fahren aber nach Dänemark an die Nordseekufte und da gibt es einen Golfplatz. Und der hat auch ganz viel Rotschwingel auf seinem ganzen Gelände. Und wenn dann eben seitlich der Bahnen, der Fairways, dieser Rotschwingel blüht und dann da Wind hin und her. Es ist traumhaft. Das ist so ein Niederknie. Das ist so schön. Also von daher ist das schon ein sehr, sehr interessantes Gras. So, erstmal vielen lieben Dank für diese ausführlichen Erklärungen zu den Gräserarten, zu den Gräsersorten. Toll, dass wir hier filmen durften. Auch nochmal an Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist mega cool. Jetzt schauen wir nochmal in die Produktion. Jetzt wechseln wir nochmal ins Standort und schauen an, wie man eben hauptsache Rasenmischungen abfüllt, verpackt und was weiß ich alles. Ich bin gespannt. Bis gleich.